Ich möchte diese Enneagram-Serie abrunden, indem ich in diesem letzten Teil an das anknüpfe, womit ich im ersten Teil begonnen habe, nämlich mit der Betrachtung des Enneagrams als Symbol bzw. als kosmologisches Prozessmodell. Wie wir mittlerweile gesehen haben, bilden das Gesetz der 3 und das Gesetz der 7, auf welchen das Enneagram-Symbol basiert, Teufelskreise, solange man sie getrennt voneinander betrachtet. Wenn wir das Enneagram anwenden wollen, um in die Einheit zurückzufinden, muss unser Weg deshalb alle neun Stationen mit einbeziehen. Auf diese Weise kehren wir nämlich, bildlich gesprochen, den Schöpfungsprozess um. Das heißt, wir bewegen uns von der 7 zurück zur 3 und schließlich zurück zur 1. Gurdjieff verstand das unregelmäßige Sechseck im Enneagramm als die symbolische Darstellung des menschlichen Weges und das zentrale Dreieck als göttliche Impulse. Die Reise des Helden in Richtung spiritueller Reife wird erst durch das Einwirken von oben ermöglicht, weil das Handeln des fixierten Menschen einem blinden Automatismus folgt, aus welchem er sich nicht eigenständig befreien kann. Zu unserem Erwachen bedarf es deshalb zweier sogenannter Schockpunkte. Den ersten an Punkt 3 nennt Gurdjieff mechanisch. Hier gerät unser automatisch maschinell verlaufendes Leben durch ein äußeres Ereignis in die Krise. Diese Krise ist allerdings nicht unbedingt wachstumsfördernd. Der Mensch kann und wird in der Regel danach wieder einschlafen. Der zweite und diesmal bewusste Schockpunkt liegt an Punkt 6. Hier fassen wir selbst den Entschluss, am eigenen Wachen und Wachsen arbeiten und aus unserer Fixierung ausbrechen zu wollen. Wir selbst haben keinen Einfluss darauf, wann und in welcher Form die beiden Schockpunkte sich in unserem Leben bemerkbar machen werden. Sind wir aber offen und bereit, uns zu entwickeln, dann wird uns Gottes Gnade auch zuteil werden. Der fortschreitende Veränderungsprozess, den das Enneagramm symbolisch abbildet, ist unsere lebenslange Aufgabe, das Werk, wie Gurdjieff es nannte. Denn selbst spirituell bewusste oder erleuchtete Menschen können jederzeit wieder in ihre alten Muster und Leidenschaften zurückfallen. Der deutsche Psychologe Klaus-Bernd Vollmar hat Gurdjieffs Verständnis von einem bewegten Enneagramm aufgegriffen und es zu einem vollständigen Prozessmodell ausgearbeitet. Die neun Punkte des Enneagramms werden hierzu Stationen auf dem Weg von der Problemwahrnehmung zur Problemlösung. Vollmars Modell ist auf jede individuelle und kollektive Problemsituation anwendbar, angefangen bei banalen Herausforderungen des Alltags, über große Konflikte in Liebe und Arbeit, bis hin zu globalen Herausforderungen an die Menschheit, tiefsten Sinnfragen und eben spiritueller Selbstfindung. Im Prozessmodell werden die Leidenschaften und Tugenden der einzelnen Enneagramm-Typen als energetische Quellen angesehen, die den Problemlösungsprozess entweder blockieren oder vorantreiben. Dabei spielt die Anordnung der Enneagramm-Punkte eine entscheidende Rolle. Die energetische Qualität eines bestimmten Typs wird genau dort benötigt, wo sie im Enneagramm auch angesiedelt ist. Der Prozess verläuft im Uhrzeigersinn um den Außenkreis herum, wobei er an den Punkten des inneren Dreiecks 3, 6 und 9 zum Erliegen kommt, solange die notwendigen göttlichen Außenimpulse nicht gegeben sind. Zudem klafft zu Beginn zwischen den Punkten 4 und 5 am Fuß des Enneagramms ein Graben, der im Prozessverlauf unbedingt überbrückt werden muss, um zur Problemlösung zu gelangen. Durchlaufen wir also nun Vollmaß-Prozessmodell im Hinblick auf die Fragestellung, wie kann ich mich von meiner charakterlichen Fixierung lösen? Der feinstoffliche Urquell eines jeden Prozesses, also die Idee, ist das alles, was ist, die Einheit. Von dort aus sinkt sie in die Materie und verankert sich am Eintrittspunkt in die Enneagramm-Struktur, an Punkt 9. Wir wissen ja bereits, dass alle Enneagramm-Punkte ursprünglich aus Punkt 9 hervorgegangen sind. Erst an Punkt 1 aber wird dieser Anfangsimpuls fassbar, weshalb der sichtbare Veränderungsprozess hier einsetzt. Zuerst überkommt uns an Punkt 1 ein Unwohlsein angesichts des Status Quo. Und direkt danach steigen erste Zukunftsvisionen von einem anderen, besseren Zustand in uns auf. Die Verbindungslinie zwischen den Punkten 1 und 7 markiert diesen Blick auf die andere Seite. Nur weil wir mit unserem Jetzt-Zustand unzufrieden sind und dort drüben eine erstrebenswertere Zukunft vermuten, wächst in uns die Bereitschaft, etwas zu verändern und Neuland zu betreten. Gleichzeitig markiert die Linie nach 4 erste Anzeichen emotionaler Erregung. Auch wenn unser Vorhaben noch sehr unkonkret ist und wir mögliche Einwände und Widerstände noch nicht im Blick haben, Das unvermeidliche Gefühlschaos, das mit echten Veränderungen verbunden ist, meldet sich zunächst nur leise zu Wort. In Bezug auf die Loslösung von unserer Charakterfixierung wird uns an Punkt 1 bewusst, dass wir unzufrieden mit unserem Ennea-Typen sind. Wir nehmen den Schmerz wahr, den die Einengung unseres wahren Selbst durch ein typspezifisches, mechanisches Muster mit sich bringt und sehnen uns nach Freiheit. Vielleicht verdichtet sich diese Sehnsucht auch bereits in inneren Bildern, die uns inspirieren und motivieren. Die Qualität von Ennea-Typ 1 ist seine Kritikfähigkeit. Und das Vermögen, Mängel zu benennen, ist die unerlässliche Voraussetzung, die jeden Veränderungsprozess in Gang setzt. Ein guter Prozessbeginn kann allerdings dadurch blockiert werden, dass nicht die Tugend dieses Energiepunktes, die heitere Gelassenheit, den nächsten Schritt ermöglicht, sondern dessen Leidenschaft, der Zorn, überhand nimmt und uns zu vorschnellen Urteilen verleitet. In dem Fall trägt uns da nicht die Motivation zu wachsen zum nächsten Punkt, sondern wir verbittern im Angesicht unserer persönlichen Unzulänglichkeit, sodass der Veränderungsprozess schon an der Startlinie ins Stocken gerät. An Punkt 2 unternehmen wir erste Lösungsversuche und werden dabei mit den ersten Hindernissen konfrontiert. Wir befinden uns noch ganz im Würgegriff unserer Fixierung. Deshalb sind unsere ersten zaghaften Befreiungsversuche zum Scheitern verurteilt. Es geht doch nicht so einfach wie in der ersten Euphorie gedacht. Aber noch verleiht uns die Vision von einer besseren, freieren Zukunft genug Schwung, damit wir am Ball bleiben. Der Blick ist in Pfeilrichtung auf Punkt 8 gerichtet, der für Orientierung und Führung steht. Dadurch wird in uns die Bereitschaft geweckt, Außenimpulse zuzulassen. Gleichzeitig ahnen wir, dass der Preis für wahre Veränderungen höher ist, als wir anfangs dachten. Wir können nicht abkürzen und einfach auf die andere Seite springen, sondern müssen den gesamten Prozess Station für Station durchlaufen, um ans Ziel zu gelangen. An Punkt 2 müssen wir uns unserer Hilfsbedürftigkeit bewusst werden und sie zulassen. Die Wahrnehmungsverzerrungen, die mit unserer Fixierung einhergehen, verhindern einen klaren, unvoreingenommenen Blick auf uns selbst. Deshalb können wir uns nicht selbstständig von ihr lösen. Die Leidenschaft von Enertyp 2, der Stolz, würde den Prozess blockieren. Stattdessen ist hier die tugendhafte Demut dieses Energiepunktes gefragt, damit wir ein göttliches Einwirken von außen annehmen können und der erste Schock eingeleitet werden kann. Der Schock, den wir an Punkt 3 erleben, wird als ein direkter Angriff auf unser Image erlebt. Wie wir wissen, bildet das innere Dreieck im Enneagramm den Entstehungsprozess unseres Egos ab. Punkt 3 steht dabei für die vollständige Identifikation mit unserer künstlichen Fassade, unserer Maske und in der Folge für die Überhöhung unseres Ichs über das wahre Selbst. Um diese Fehlidentifikation wieder aufzulösen, muss der Verankerungsprozess des Egos umgekehrt werden. Die Qualität des ersten Schockpunkts ist deshalb dafür ausgelegt, unser Ego von seinem künstlichen Sockel zu stoßen. An Punkt 3 werden wir mit einer Realität konfrontiert, die größer ist als wir selbst. Ein äußeres Ereignis öffnet uns die Augen und macht uns klar, dass es mit uns und unserem Leben so nicht weitergehen kann. Der Schock kann unterschiedlichste Formen annehmen. Zum Beispiel kann er als ein Traum, eine bedeutsame Begegnung, als Fügung, ein mystisches Erlebnis, als Unfall, Trennung oder Krankheit in Erscheinung treten. Die Hauptsache ist, dass das entsprechende Ereignis als ein Aufruf in uns wirkt, den Schritt zu wagen, selbst die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und es neu zu ordnen. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn an dieser Stelle die Tugend von NR Typ 3, die Wahrhaftigkeit, ihre Wirkungen faltet. Die Leidenschaft des Lügens und der Täuschung hingegen bedroht unseren Entwicklungsprozess. Man kann einem Irrlicht folgen und dabei den echten Außenimpuls verpassen. Oder man kann sich in Illusionen über persönliche Veränderungsmöglichkeiten verstricken, die eine angemessene Reaktion verzerren oder ganz unmöglich machen. Wenn es uns gelingt, den Außenimpuls am dritten Energiepunkt zu erkennen und in uns wirken zu lassen, verdichten sich unsere Ich-Probleme an Punkt 4 zur Krise. Hier geht es nun um die Entscheidung, ob wir unsere Vision von Selbstveränderung wirklich in die Tat umsetzen werden. Die Achterbahn der Gefühle zwischen Agonie und Euphorie hat hier ihren Platz. Die Veränderung schillert und reizt, gleichzeitig aber scheint unsere Angst davor noch größer zu sein, als die Sehnsucht nach Freiheit und Glückseligkeit. Über die Verbindungslinie zu Punkt 1 kehren wir in Gedanken zu unserer Ausgangsfixierung zurück und die scheinbaren Vorteile unseres NR Typen gewinnen an Gewicht. Im Grunde sind wir doch gute Menschen, die immer versucht haben, das Richtige zu tun. Wir erinnern uns an Situationen, in denen wir es geschafft haben, positiv Einfluss zu nehmen und die Dinge zu verbessern. Gleichzeitig suchen wir nach einem Schuldigen für unser gegenwärtiges Leid und die schier ausweglose Situation, in der wir uns befinden. Wir verurteilen unsere Eltern, die uns nicht um unser Selbstwillen geliebt haben, die Gesellschaft, die unsere Einzigartigkeit nicht erkannte und uns selbst, die wir nicht authentisch genug gelebt haben. Mit Blick zurück zu Punkt 2 verfallen wir in ein allgemeines Lamento über den Kampf unseres Egos gegen Gott und die Welt. Zu klaren Gedanken und Entscheidungen sind wir an Punkt 4 noch nicht fähig. Der Sprung über den garstigen Graben zu Punkt 5, der Neuorientierung bedeutet, steht uns noch bevor. Die Leidenschaft von NR Typ 4, der Neid, manifestiert sich hier als die Verlustangst, etwas Reizvolles loslassen zu müssen. Wir wollen die Beengtheit unseres mechanischen Musters sprengen, aber gleichzeitig an unseren persönlichen Vorzügen festhalten. Solange wir Spielball unserer euphorischen und ängstlichen Emotionen sind, kann es aber nicht zu einer eindeutigen Entscheidung kommen. Die Abwehrmechanismen unseres NR Typen wirken sich an keinem anderen Punkt im Prozessverlauf so hinderlich auf das Erreichen der nächsten Station aus wie an Punkt 4. Hier bäumt sich das gesamte Suchtpotenzial unserer Fixierung mit seinen Verlockungen und Reizen noch einmal auf. Um dennoch den Sprung über den Graben wagen zu können, sind wir auf die Tugend von NR Typ 4 angewiesen, den Gleichmut, das heißt Balance und Ausgeglichenheit in unserer Gefühlswelt. Der Graben zwischen den Punkten 4 und 5 markiert den Übergang von Unbewusstem zu Bewusstsein, von Automatismus zu Autonomie, von Fixierung zu Freiheit. Er ist kein Energiepunkt, sondern ein offener Raum. Im direkten Gegensatz zu Punkt 9, der das Auskosten der materiellen Fülle in der Welt und die vollständige Identifikation mit der Verkörperung repräsentiert, bedeutet der Graben die Leere, das Nichts und das Empfinden, endgültig von Gott verlassen zu sein. An dieser Stelle im Prozessverlauf werden wir mit tiefen Gefühlen von Einsamkeit, Verwirrung und Orientierungslosigkeit konfrontiert, die daher rühren, dass wir uns erstmals als getrennt von unserem Ich wahrnehmen. Das Ego mit seinen uns vertrauten und zum Teil liebgewonnenen Eigenschaften steht uns gegenüber, während wir auf uns selbst zurückgeworfen sind. Einerseits ahnen wir, dass wir nicht mehr der oder die sein können, die wir waren, andererseits hat das Neue noch keine Konturen und macht uns Angst. Der Graben ist die Krise und gleichzeitig die Schwelle ins Neuland. Hier geht es um Sterben und Auferstehen, um den Abschied von unserer alten künstlichen Identifikation und um die Erkundung unseres wahren Selbst. Über diesen Graben führt keine vorgefertigte Brücke, nur der sogenannte Sprung des Glaubens, der Leap of Faith, trägt uns hinüber. Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen wir das sichere Ufer unserer Gewohnheiten hinter uns lassen und die Reise des Helden bewusst im Angriff nehmen. Die rechte Enneagrammhälfte, die Energiepunkte 1 bis 3, symbolisieren die materielle, unbewusste Seite von Wirklichkeit. Zwischen den Punkten 4 und 5 tobt der bedrohliche, psychische Kampf zwischen Schlaf und Erwachen und die Punkte 6 bis 8 repräsentieren dann das geistig bewusste Leben. An Punkt 5 scheint der Sprung geschafft zu sein. Neuland ist betreten. Unser Blick folgt den Verbindungslinien und wir richten unser Augenmerk erneut auf die Punkte 7 und 8. Nachdem wir Punkt 5 erreicht haben, sind unsere Zukunftsvisionen wesentlich geerdeter, realitätsnaher und nüchterner geworden. Und auch die Führung, die Punkt 8 uns anbietet, ist nicht mehr wie noch an Punkt 2 nur eine stille Sehnsucht, sondern wird zusehends greifbarer, handfester und anwendbarer. Gleichzeitig ist ein Rückfall in unser altes Denken, Fühlen und Verhalten jederzeit möglich, ja sogar wahrscheinlich. Unsere Fixierung hat Suchtcharakter. An Punkt 5 haben wir zwar den bewussten Entschluss gefasst, uns weiterentwickeln zu wollen, aber alleine werden wir es trotz aller guten Vorsätze nicht schaffen können. Ein zweiter Außenimpuls ist vonnöten. Das Neue ist bisher nur ein gedachtes, noch nicht verwirklichtes Konstrukt. Es muss geerdet werden, damit es sich in der materiellen Welt manifestieren kann. Der leidenschaftliche Geiz von Nr Typ 5 kann den Prozess an dieser Stelle blockieren, weil der Rückzug in die Isolation eine Öffnung nach außen verhindert. Ein Blick zum Herzpunkt von Nr Typ 5, der 8, hingegen fördert unseren Tatendrang. Zudem bewahrt uns die Tugend der 5, das Nichtanhaften davor, die nur gedachte Veränderung wie einen Schatz zu horten. Damit sie sich realisieren kann, müssen wir sie loslassen und ins Außen tragen. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Punkt 6 ist der zweite Schockpunkt. Hier setzt die bewusste Veränderung ein. Das heißt, alte Gewohnheiten werden mehr und mehr entwurzelt und das Neue verwurzelt sich. Der zweite Schock ist in der Regel sanfter als der erste und beinhaltet die innere Bereitschaft, sich Unterstützung von außen zu holen. Vielleicht gehen wir in eine Selbsthilfegruppe zu einem Therapeuten oder Lebensberater, damit sich unsere Neuorientierung stabilisiert. Dazu gehört häufig die Umstrukturierung des Tagesablaufs, die Veränderung des Lebensumfelds und die Loslösung von bisherigen Freundeskreisen, falls diese destruktive Gewohnheiten unterfüttert haben. Je existenzieller das Ausgangsproblem und je dramatischer die Veränderung ist, desto notwendiger ist an dieser Stelle kompetente Unterstützung. Wir überschätzen uns selbst, wenn wir davon ausgehen, dass wir alles alleine schaffen können. An Punkt 6 kommt die Veränderung auf den Prüfstand. Hier wollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Leidenschaft von NR-Typ 6, die Angst bzw. der Zweifel, birgt das größte Gefahrenpotenzial. Das Misstrauen in uns selbst und andere, die Angst vor der eigenen Courage und das Gefühl, dem Neuen in letzter Konsequenz nicht gewachsen zu sein, machen sich breit. Die Gaben von NR-Typ 6, Gewissenhaftigkeit, Treue und Vertrauen, müssen ins Spiel kommen, damit das Neue sich verankern kann. Der tugendhafte Mut der 6 macht uns zum Helden über die Umstände und verleiht uns die Kraft, unseren Weg unbeirrt weiterzugehen. An Punkt 7 hat sich die Vision, die uns hat aufbrechen lassen, verändert. Sie hat eine reale Gestalt angenommen. Erste Veränderungen in unserem Leben sind unübersehbar und spürbar. Leichtigkeit und Freude machen sich breit. Bedroht wird der Prozessverlauf an dieser Stelle durch die Leidenschaft von NR-Typ 7, die Unersättlichkeit. Anstatt dass wir weiter in die Tiefe gehen und Detailarbeit leisten, möchten wir endlich wieder Spaß haben und scheinbar reizvollere Projekte verfolgen. Um Schmerz und Langeweile zu vermeiden, lassen wir uns von Quantität statt Qualität locken. Genug gelitten, lautet die Devise. Aber die Reise ist noch nicht beendet. An dieser Station auf dem Weg sind wir deshalb auf die Tugend der 7 angewiesen. Nur Nüchternheit verhindert, dass wir unsere Bodenhaftung ganz verlieren und den gesamten Entwicklungsprozess kurz vor dem Ziel durch zu viel Oberflächlichkeit zunichte machen. An Punkt 8 ist der Prozess vollendet. Unsere gesamte Lebensführung ist davon beeinflusst worden und eine neue Stabilität ist erreicht. Von nun an orientieren wir uns nicht mehr primär am Außen, sondern folgen unseren inneren Eingebungen. Gleichzeitig birgt diese neue Erfahrung von innerer Stärke ihre ganz eigenen Gefahren. Wir können sehr leicht vergessen, dass wir den Weg nicht alleine bewältigt haben, sondern von der Unterstützung anderer inspiriert, sowie von einer Macht, die größer ist als unser Ich, hierhin geleitet wurden. Wahrscheinlich verfallen wir an diesem Energiepunkt der leidenschaftlichen Wollust von NER Typ 8 und suhlen uns in scheinbarer Überlegenheit. Wenn wir verdrängen, wie schwierig es war, bis zu diesem Punkt zu kommen, verlieren wir auch das Mitgefühl für diejenigen unserer Mitmenschen, die auf ihrem Weg noch nicht so weit gekommen sind. In dem Fall werden wir uns ihnen gegenüber übergriffig und schamlos verhalten. Damit dies nicht geschieht, müssen wir die Tugend der Acht hochhalten, die Unschuld. Es ist nicht unsere Person gewesen, die es geschafft hat, sich so weit zu entwickeln, sondern es ist so gekommen, weil es an der Zeit dafür war und das Universum uns die entsprechenden Impulse geschickt hat. Zu Beginn unseres Entwicklungsprozesses bestand die größte Gefahr darin, dass wir den Reizen der materiellen Welt verfallen und unseren Selbstwert von den Urteilen des Außen abhängig machen. Das reflektierte Ich aber, das die zweite Hälfte des Weges beschreitet, tendiert zu spirituellem Hochmut. In allen Stadien des Selbstwerdens besteht stets die Gefahr eines Rückfalls. Wir sind nie definitiv und endgültig erleuchtet. An Punkt 9 ist der Weg zu Ende. Der Kreis schließt sich. Die Fixierung beherrscht uns nun nicht mehr. Entlang der Verbindungslinien zu 3 und 6 blicken wir zurück auf die Lebensumstände, die uns in Krisen führten, aber wir sind mit ihnen versöhnt. An dieser Stelle können wir uns eine Weile ausruhen, bevor wir wieder bereit werden, uns neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Solchen, die noch gar nicht in unser Blickfeld kommen konnten, solange der aktuelle Prozess noch nicht abgeschlossen war. Die Leidenschaft von NER Typ 9, die Trägheit, birgt allerdings die Gefahr, dass wir uns zu lange auf unseren Lorbeeren ausruhen und wieder einschlafen, wodurch der Aufbruch in die nächste Runde verhindert wird. Punkt 9 ist schließlich Endpunkt und Anfangspunkt in einem. Damit unser Entwicklungsprozess nicht zum Erliegen kommt, sind wir auf die Tugend der Neuen angewiesen. Rechtes Handeln sorgt dafür, dass wir ein Leben lang am Ball bleiben. Der Bewusstwerdungsprozess ist nie abgeschlossen. Unser gemeinsamer Ausflug in die Welt des NER Gramms allerdings endet vorerst hier. Vielleicht komme ich in Zukunft noch einmal auf das Thema zurück, wenn es etwas Neues zu sagen gibt. Aber jetzt möchte ich mich erst einmal bei allen bedanken, die so geduldig waren und bis jetzt dabei geblieben sind. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, dann versuche ich sie zu beantworten. Und ich freue mich auch über alle sonstigen Bemerkungen und Rückmeldungen. Es interessiert mich sehr zu wissen, wie meine Videos bei euch ankommen. Als nächstes möchte ich mich auf diesem Kanal der Frage widmen, welche Programme es genau sind, die in unseren Gehirnen ablaufen und wie diese unser Wahrnehmen und unser Urteilen über uns selbst und andere beeinflussen. Wir werden feststellen, dass verschiedene Menschen diese sogenannten kognitiven Funktionen in unterschiedlichem Ausmaße und in bestimmten Kombinationen anwenden. Da unsere Gehirne die Welt also nicht alle gleich erleben, entwickeln wir auch verschiedene Weltbilder, die dann ihrerseits typspezifische Schwierigkeiten im Leben verursachen. Wenn wir das Betriebssystem unseres persönlichen Hirncomputers kennen, wissen wir gleichzeitig, wo wir klar sehen und wo wir blinde Flecke haben. NER Gramm-Theorie und kognitive Funktionen gehen also Hand in Hand und ergänzen einander, wenn es darum geht, zu unserem wahren Selbst zurückzufinden. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dabei. Es gibt noch viel zu entdecken. NER Gramm-Theorie und kognitive Funktionen NER Gramm-Theorie und kognitive Funktionen Vielen Dank.